Was geht Basketball Deutschland und willkommen zu einem neuen Video. Ja und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich dieses Video mache, beziehungsweise warum dieses Video jetzt kommt, weil ich habe ja im letzten Video gesagt, dass erstmal zwei Wochen nichts kommt. Ich habe was vorproduziert und zwar ist es ein kleines Infovideo in Bezug auf diesen Kanal und ja, ich wollte mal drei Themen kurz ansprechen und deshalb wird das ja auch ein One-Taker, die ich sehr wichtig finde für den Kanal und ja, genau und was da jetzt noch so geplant ist beziehungsweise was jetzt auch neu dazugekommen ist und so weiter und so fort und ja, die Themen wollte ich jetzt alle mal kurz ansprechen. Ich versuche so schnell wie möglich alle Themen durchzurasseln. Wie gesagt, es ist ja nur ein Infovideo und so viel Zeit sollte das jetzt nicht in Anspruch nehmen. Ja und ich würde sagen, dann komme ich auch direkt zum ersten Thema, nämlich quasi einem Abonnentenspecial und zwar erreichen wir ja bald die 500 Abonnenten und ja, da habe ich mir gedacht, ich meine, das ist ja quasi, das halbe Tausend ist voll oder wäre dann voll, ob man da ja nicht so eine Art Abonnentenspecial machen kann und da habe ich mir halt gedacht, ja, da könnt ihr mal Fragen an mich stellen, weil, ne, damit ihr auch mal wisst, wer euch alle drei, vier Tage, sieben bis zehn Minuten eurer Zeit stiehlt und über NBA labert, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn ihr mal, ja, die Person dann ein bisschen näher kennenlernen könntet und genau deshalb aus diesem Grund könnt ihr gerne Fragen stellen in die Kommentare. Ich suche mir dann auch welche raus und so weiter. Natürlich jetzt nicht so mega private Sachen und so weiter, ne, jetzt nicht meine Adresse und wo ich wohne und dies und das, ne, aber ich sage mal so ein paar persönlichere Fragen im Zug auf NBA vielleicht auch, ich weiß nicht, wie alt ich bin oder keine Ahnung, ne, also wie gesagt, alles, was euch da irgendwie auch so einfällt, äh, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, äh, genau, und dann würde ich die dann im nächsten Video dann auch, äh, verwenden wollen und, ähm, genau, ähm, ja, mehr, glaube ich, gibt es da auch nichts zu zu sagen, äh, ihr werdet dann auch sehen, wenn das Video dann rauskommt, genau, ähm, ja. Zweite Thema direkt, nämlich, äh, das Thema Kanal-Rebranding und, ähm, ich möchte, dass dieser Kanal hier ein bisschen personalisierter wird, ähm, und ich sag mal so, jetzt heiße ich ja gerade noch Crossover, äh, hier ins NBA-Magazin, ähm, ich sag mal so, ich identifiziere mich nicht mehr so ganz mit diesem Magazin, weil hinter einem Magazin steht ja auch meistens meine ganze Redaktion und, äh, ich bin an sich ja nur eine Einbahn-Redaktion, wenn man es mal so sieht und eigentlich bin ich auch wirklich wirklich ein Magazin, äh, und dementsprechend möchte ich ja den Kanal ein bisschen rebranden und neu benennen und so weiter, äh, inhaltlich bleibt alles gleich, also es werden weiterhin Videos über die NBA auch kommen, vielleicht auch mal an Videos über die EM, die jetzt auch bald anstehen wird, ähm, da muss ich einfach mal schauen, wie viel Zeit ich da auch einfach hab, ähm, aber an sich, genau, ähm, würde ich gerne den Namen ändern und, ähm, ich bin auch gerade jetzt noch am überlegen, wie, äh, der Kanal in Zukunft heißen wird, ähm, ja, und wenn ihr auch da selber Ideen habt und so weiter, könnt ihr jetzt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt da Lichtblick seht oder so, keine Ahnung, und da eine super Idee habt, könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ähm, und ich guck mal, ob mir der Name dann auch so gut gefällt, dass ich dann die vielleicht sogar nehme und, ähm, genau, wie gesagt, es sollte halt personalisiert sein, also ich würde da schon gerne meinen Namen, nämlich Etienne, ähm, würde ich da schon gerne, äh, im Kanalnamen beibehalten, nur halt eben nicht mehr Magazin oder ähnliches. Ja, genau, und, ähm, dann kommen wir auch schon zum dritten und letzten Punkt hier, äh, nämlich quasi Werbung in eigener Sache und zwar, wie es sich, ja, mittlerweile für jeden Content Creator im Bereich Basketball oder NBA gehört, äh, hab ich einen Podcast gestartet und, äh, den hab ich zusammen mit meinem Bruder gestartet, ähm, und darüber, oder in diesem Podcast reden wir eigentlich, ja, über alles Mögliche in der Basketballwelt, also jetzt, äh, natürlich NBA, ähm, Nationalmannschaft ist ganz aktuell, äh, da haben wir bis jetzt auch, ich glaub, nur die einzigen zwei Podcasts bis jetzt, äh, haben wir jetzt auch nur über die Nationalmannschaft geredet und so weiter, über die kommende EM und so weiter, werden wir auch natürlich auch Podcasts machen, ähm, genau, und wenn ihr Bock drauf habt, also über solche Themen und so weiter, es wird natürlich immer so ein bisschen auch an die Aktualität gebunden sein, also wenn zum Beispiel die NBA-Season anfängt, werden wir wahrscheinlich auch wieder mehr über die NBA machen, was wir jetzt eigentlich noch gar nicht gemacht haben, ähm, ne, aber wenn ihr Bock habt und so weiter, wenn euch, äh, ja, so ein kleines Gespräch, sag mal so eine Stunde oder so, dann, äh, mal interessiert, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ähm, ich hab den Link, äh, in die Videobeschreibung gepackt, ansonsten könnt ihr die dann auch in, äh, in der, äh, Kanal-Bio dann auch sehen, ähm, den Namen des Podcasts, wie ihr dann auch schon sehen werdet, äh, heißt Two for One, der Basketball-Podcast, und, äh, genau, äh, würden uns mega freuen, wenn ihr da vielleicht mal vorbeischauen könntet, vielleicht eine Bewertung da lässt, werden auch bald die Möglichkeit haben, ähm, da auch, äh, Kritik zu äußern, ihr könnt auch gerne auch Kritik dann, äh, unter meinen Videos auch äußern, wenn, äh, wenn ihr das möchtet und so weiter, ähm, wir wollen es auch stetig verbessern, ähm, genau, und, ähm, ja, wir sind, wie gesagt, erst am Anfang, äh, deshalb verzeiht uns dann auch mal ein paar Audiofehler oder Probleme mit dem Mikro oder Ähnliches und so weiter, das wird sich mit der Zeit alles legen, aber wir sind jetzt gerade neu im Game drin, und, ja, genau, und, ja, das war's eigentlich auch schon mit diesem etwas kleineren Video, das auch schon wieder fast sechs Minuten geht, ja, genau, ähm, wie gesagt, das war, damit war's das, ich hoffe, ja, äh, ihr könnt einige Fragen auch in die Kommentare stellen, auch vielleicht neue Namensideen, und, ähm, ja, genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in anderthalb Wochen jetzt nur noch, oder, ja, anderthalb, zwei Wochen ungefähr, ja, genau, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, bis dahin, ciao! Outro Outro Bis zum nächsten Mal.